Nein, freundlich ist dieser Berg nicht geworden. Noch gestern gingen auf der Südseite zahlreiche Lawinen nieder. Da hätte ich sicher 15 Abgänge beobachten können. Das erinnert eine halbe Stunde. Vor der Barriere oberhalb von Airolo stauen sich schon jene, die den Gotthard als Erste überqueren wollen. Es ist jedes Jahr ein kleines Ritual, von Kameras festgehalten, wenn die Barrieren zur Seite geräumt werden, wenn der Gotthard dem Winter entrissen wird. Jetzt ist ein Teil von unseren Armen fertig. Jetzt fahre der frische Teil an. Bis wir im Herbst nicht zumachen. Hoffentlich bleibt die Barriere offen. Jetzt endlich ist sie eröffnet, die Bassstrasse über dem Gotthard. Der neue Schnee hat der Eröffnung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Luft 0 Grad, der Wind stürmisch, die Schneewende erdrückend hoch. Für die Reisenden aus dem Tiefland muss die Schneewelt auf dem Gotthard beklemmend sein. Und fast will es scheinen, als gehörten die Menschen nicht hierher. Das ist die Schneewelt. Musik Musik